gitarre war interessant auf jeden fall karte 3 ist dann lasst das zu kommen die durch den ganzen weg zurücklaufen oder ok das möchte ich mich meinen wir hatten meine dreier tür das ist vier irgendwo hat man den dreier tür hier ist doch kommt dann extra gegner wie zu haus da ist die vierer karte hallo bei bläht bei bläht voll cool und ein imers von gegner ist nicht cool Mit dem Öl? Es wird schwierig, wenn es auf dich geht. Also be careful. Damage zu Outer Shell confirmed. Auch wieder. Wie geht es denn auf den End da? Können wir noch wechseln? Da gibt es immer noch was. Noch mehr? Oh, noch mehr. Ja gut, Gehirnfeld mache ich bei denen auf jeden Fall, weil die sind eklig. Ich bin geschockt, das ist nicht gut. Hallo, steh auf. Ich will einfach bewerfen, damit die Panzer weg ist. Dankeschön. Oh, ich wäre gestorben. Geil. Aber Arash hat mich gerettet. War zu lange im Gehirnfeld. So, da haben wir die vier. Die optional zu sein scheint. Hey, Lachgurke. Einmal heilen. Warte mal, wir hatten am Anfang auch ne vier. Was ist hier mit? Wo komme ich denn da rein? Da komme ich runter. Ich lasse sowas hier. Hier komme ich runter. Hier irgendwo was saved. Noch ne Tür. Da komme ich her. Okay. Ah, hier. Das ist ein Shortcut einfach nur. Ach, lol. Ja gut. Ein Item habe ich nicht gekriegt, wo ich nicht weiß, wie ich es kriege. Da sind auch noch Gegner. Warte mal. Mehr? Nein. Jo, haben wir schon. Kraftfeld. Ah, jetzt haben wir das auch. Okay, jetzt haben wir alle Items. Hoffe ich. Glaube ich richtig. Glaube ja. Ach, ich hätte den Shortcut nehmen können. Egal, wir gehen einfach nochmal in den Rücken. Äh. Nein, das ist auch nicht richtig. Hilfe. Ich habe mich verlofen. So, hier müssen wir hin. Versuchsabteilung Ebene 0. Darf ich direkt... Oh, doch. Cut ziehen. Ah, nur kurz. Sehr nice. Hey, ich dachte, das war ein anderes Laborator, aber es sieht mehr wie ein Faktor. Was gibt es? Und das strange Schmell. Was ist das? Es beginnt mich zu schmerzen. Was ist das? Was ist das? Was machen wir hier? Huh? So, die Seron-Garrison Das ist das? Was ist das? Ja, das ist das. Das ist das, was meine Familie. Aber, införterlich, ich weiß nichts über diese Faktor oder die Ampülen. Die OSF hat mich verletzend gemacht, dass wir alle Informationen haben. Oh, das bedeutet, dass wir alle Informationen haben, die wir jetzt können. Was sind Sie jetzt auf? Der Schlüssel für die Intelligenz-Gathering ist, dass wir die Informationen so schnell und genau wie möglich haben. Wow, Arashi! Es ist so, dass ihre Sicherheit überhaupt nicht existiert für Sie. Sie denken, dass sie sicher sind, mit einem geschlossen system. Ich sollte, dass ich in der Root... Wait, was ist das? Was hast du? Share die Daten, die du hast. Oh, was haben wir hier? Ein wertvolles Asset in einer Krieg mit dem Himmucca? Eine andere Weapon? Uh, dieses Video! Sie sind transplantiert die Menschen in andere. Ein Psyonik ist mit einem anderen, durch den SAS, um es zu kontrollieren. Wie novel. Sie haben Menschen und andere kämpfen zusammen. Ich würde sagen, Other Weapon ist ein besonderes Name. Was ist eine unglaubliche Idee. However, based auf die Daten, es sieht nicht aus, dass sie dieses Projekt haben. Nein, das ist nicht das. Es scheint, dass sie nicht mit anderen gewonnen haben. Dieser Experiment ist noch mehr verrückt, als wir denken. In order to increase the compatibility with the SAS, they're using others that were originally human. Nein! Das ist barbarisch! Oh boy. Major General Karin hat einige terrible things to say about New Himmucca, aber ich bin nicht sicher, dass Seiron noch besser ist. Warum hat er versucht, diese Facilität von uns zu entfernen? Naomi. Ich muss mich finden, Naomi! Stopp! Seid ihr euch zusammen! Wenn wir uns jetzt aufbauen, dann wird es alles vorbei. Oh, das geht doch nicht gut, wenn wir jetzt zu Naomi gehen. Schlüsselkarte 0. Jetzt geht's aber ab. Oh. So, Freischungsanrichtung. Äh, ja, machen wir gleich hier auf. Achso, warte mal. Wir haben ein Request fertig. Haben wir? Achso, liefe zwei mittleres Gelee. Fortschritt, zwei von zwei. Hä? Haben wir schon fertig? Da muss ich nur noch rechnen, da muss ich... Hä? Kann die doch nicht zu den Menschen bringen. Ähm. Mit dem Bosskampf. Hier sind nämlich vier Spots in jeder Ecke. Hallo, Evil. Schüsse nur. Ja, wir lernen gleich einen Boss kennen. Mh, Auge. Na, endlich mal Action in dem Spiel. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Was macht er jetzt? Äh, ich möchte hier weg. Äh, ich möchte hier weg. Riechen. Das muss es mir ja mal geben. Äh. Ja, ich möchte hier weg. Ja, ich möchte hier weg. Ja, ich möchte hier weg. Das letzte Angriff. Es sieht aus, dass sie uns mit einem Radar zerstört haben. Das ist nicht schlecht. Es gibt keine Zeit, um sich beeinflusst. Diese Sache, die uns auf den Radar ist, ist das Radar. Das tut ganz schön weh. Tower? Was schockt mich hier? Der scheiß Tower, what the fuck? Oh wow. Ich bin ausgewichen, ich schwöre. Aua, Aua, Aua. Oh wow. Wow. Zu früh geworfen. Und wenn man zu früh in den Alarm kommt, hat man wieder die Scheiße am Arsch. Vielleicht kann gleich die Ulti machen. Ich will meine Psychokinese aufsparen. Dann bin ich gleich ganz viel ab, weil sie sich die Ulti nicht mehr haben. Aua, Aua. Aua. So. Ja, das ist nämlich deine Scheiße. Als ob der jetzt hier drinnen die Dinger spawnen. Das willst du nicht. Okay, ich muss raus. Ich bin zu viel damit schaffen. Boah, dass sie immer zurückgeht, wenn sie Psychokinese benutzt. Das ist so lächerlich. Warum geht sie denn immer zurück? Oh mein Gott. Können wir jetzt wieder aufstehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird immer schlimmer. Oh, und jetzt ist hier auch noch Alarm. Maaann. Oh, da. Na kurz aus der Mitte raus. Nein, das ist noch nicht dahin. Am Anfang habe ich das Gegner an Visieren noch gelobt. Aber jetzt gerade geht es mir auf die Nerven, weil im Kampf achte es da drauf nicht. Ja, ja, danke. Kann die irgendwie zerstören. So nervig. Okay. Ja, geil. Ja, geil. Oh mein Gott. Wie schnell soll die Alarmanlage sich drehen? Ja. What the fuck? Oh, ein Triple. Oh, Baby, ihr Trebo. Kann man nicht kaputt hauen. Wieso wirfst du nicht dahin, wo du sollst? So, warte. Will der die Handfeld aktivieren? Da können wir nämlich richtig viele Menschen machen, ohne dass die Alarmanlage darum büßt. Viel angenehmer. Oh, ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. You're gonna stop me? Oh, ja. The track needs to be taken out. Too slow. Oh, ja. There's nothing you can do. Give up. Oh, ja. Oh, ja. Too slow. Oh, ja. Das war anstrengend. Ich muss nochmal zurück. Hier ist ein Speicherpunkt, deswegen gehe ich hier weiter kurz. So. So. Kann ich zurück. Da waren nämlich Level 0 Türen. Ja, sehr schön. Moment, ich kann da lang. Hier ist nichts. Ja, genau. So. Okay. Ich bin weitergegangen. Hä? Bin ich weitergegangen? Nee. Ah, die Nullertür ist die, wo ich durchkomme. Äh, wo ich durch muss. Ah, okay. Wait. Okay. Wait. Warum sind die Stühle so, warum sind die so klein? What the heck? Warum sind die Möbel so groß, aber die Türen so klein? Was? Moment, da ist doch ein Item im Raum. Okay, Bilder von anderen hier an der Wand. Die kennen wir. Die Soundkulisse hier drin ist auch mega unangenehm. Okay. Okay. Mega weird. Mega weird. Und in der großen Tür ist keine Tür. Das sind immer große Türen sehe ich gerade. Ja. 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 Ja, weil Naomi halt da drin ist, ne? Hier ne von Menschen da drin und so. Ja. Ja. Ingereist. Ja. Die Tür ist doch so dirty. Naos. Und da. Ja. Ja. Naos. Ja. 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 Naomi! Du bist okay? Kasani, ich... Nein. Naomi... Also, es ist wahr. Was haben sie dir gemacht, Naomi? Aber sie sieht anders aus. W-What the hell is that? Why is Naomi another? I'm sorry, Naomi. It's because you protected me. It's okay, Kasani. I'm glad... You're okay. But... It really is okay. I'm glad you're well. Yes. Thanks to you. What... What are you doing here? Hey, Naomi. We wanted to come and check to see that you were okay. It's not just that. I want to save you. Thank you. But I'm fine like this. There's no way I'd be able to have a life out there. I'm an other now. I'm sorry. I'm so sorry. Okay, I think that's enough. You can't just keep apologizing to Naomi. She's right. And hey, right now you're both alive and breathing. Isn't that something to be happy about? Major Kyoka. I'm sorry. I'm sorry it had to happen like this. No, it's alright. How are you doing? The people here haven't hurt you, have they? I'm fine. The people here are very kind. Even to another like me. Naomi? But when I don't take the ampules, it really hurts. And I can't... G-M-Kate? To find it. Please, you have to go. Please forget about me. No! I was finally able to find you! Be happy, you are. K-Sane. Please, I'm sorry. K-Sane. I'm sorry. Hurry! We have to go! K-Sane! K-Sane. She's right. It's what your sister wants you to do. Naomi! Okay, these ampules... ...erhalten das Bewusstsein. Naomi... Why? K-Sane. So you came. Major General Karin? Yeah, well, this isn't very surprising. Seems like you had us dancing to your tune all along. Naomi is able to maintain her personality with the medication in the ampules, but the effects are only temporary. The only way to save her is to revert her to her human state. And to do that, we need your power. Are you telling the truth? If you're trying to use my sister as an other weapon? That is simply what they tell Ceyron. This facility's true purpose is to revert humans that have been metamorphosed into others back to their original state. Then tell me what I need to do! You'll need to be at full strength. I'll need some time to prepare as well. Continue exterminating others until we're ready. Bide your time. I promise you Naomi will be safe. I don't like it, but I'll go with it for now. Then go back to Ceyron and hold tight on standby. Don't do anything so rash again. Since we're ordered to stay in Ceyron, why don't we go shopping in town? Right, we should stock up and get medical supplies. Hey, you're coming too, Kasane. Huh? Oh right, fine. I'm very excited. The story is very cool from this game, but it has too many cutscenes. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back.